Erstmal, wenn du zum Paradies kommst, angelangst, dann werden dir vier Dinge zugerufen. Du wirst auf ewig gesund bleiben und nie wieder, nie wieder krank werden. Und ihr werdet für ewig leben und nie wieder sterben. Ihr werdet für ewig jung bleiben und nie wieder, und nie wieder alt werden. Und ihr werdet für ewig glücklich sein und nie wieder, nie wieder traurig sein. Allahu Akbar. Wer will so ein Leben eintauschen mit diesem elendigen Leben, was wir hier leben, liebe Geschwister.